Tankschiff-Explosion – Polizei findet Schweißgerät Nach der schweren Explosion eines Tankschiffs am gestrigen Donnerstag ist die Polizei einen Schritt weiter gekommen. So haben die Ermittlungen ergeben, dass sich zum Zeitpunkt der Explosion ein Schweißgerät an Bord befand. Die Beamten müssen nun untersuchen, ob das Gerät auch die Ursache für die Explosion war. Währenddessen geht auch die Suche nach der dritten vermissten Person weiter. Gestern Morgen kam es im Duisburger Hafen auf dem Motorschiff Julius Rüttgers zu einer Explosion. Dabei wurden mindestens zwei Menschen getötet. Arbeitslosenquote liegt bei 13,4 Prozent. Das Frühjahr belebt den Arbeitsmarkt im Ruhrgebiet. Im März sank die Arbeitslosenquote in der Region auf 11,1 Prozent. Im Vorjahr waren es 11,2 Prozent. Das entspricht einem Abbau der Arbeitslosigkeit um 2.051 Personen auf 261.612 Arbeitslose. Damit liegt das Ruhrgebiet im Landestrend. Die Quote in Duisburg liegt mit 13,4 Prozent jedoch höher als in den Nachbarstädten. Diese bleibt damit deutlich zu hoch, kommentiert die Duisburger DGB-Vorsitzende Angelika Wagner die aktuell bekannt gegebenen Zahlen. Stadt warnt vor Betreten der weißen Riesen. Die Stadtverwaltung warnt vor dem Betreten der leerstehenden weißen Riesen im Sanierungsgebiet Homberg-Hochheide. Hintergrund ist, dass es trotz der Absperrung immer wieder zu Vorfällen kommt, in denen sich unberechtigte Personen Zugang in das Gebäude verschaffen. Doch dabei besteht Lebensgefahr. Die beiden Hochhäuser an der Friedrich-Ebert-Straße 10 bis 16 und der Otto-Straße 24 bis 30 im Stadtteil Homberg-Hochheide werden nicht mehr bewohnt und stehen leer. Mit den Entkernungs- und Abrissarbeiten soll Ende dieses Jahres begonnen werden. Stadt startet Restaurierung des Lifesaver-Brunns In der Innenstadt haben heute die Restaurierungsarbeiten am Lifesaver-Brunnen begonnen. Diese müssen durchgeführt werden, um eine dauerhafte Schädigung des Kunstwerkes zu verhindern. Bereits Ende März wurde ein Gerüst aufgebaut. Die eigentlichen Arbeiten starteten heute. Ziel ist es, dass das inoffizielle Wahrzeichen der Stadt Duisburg bald wieder in seiner bunten Pracht die Runden dreht. Weniger Minijobber in der Metropole Ruhr Die Zahl der Minijobber in der Metropole Ruhr ist stark rückläufig. Das haben die Statistiker des Regionalverbandes Ruhr errechnet. Im Juni 2015 zählten sie rund 338.300 ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte in der Region. Das sind rund 20.500 weniger als im Vorjahresvergleich. Diese Entwicklung betrifft alle Städte und Kreise des Ruhrgebiets. Den mit Abstand höchsten Rückgang verzeichnete Dortmund mit 18,8 Prozent. Im Langfristvergleich ist die Zahl der Minijobber insgesamt jedoch gestiegen. Aktuell liegt sie im Ruhrgebiet etwa 18,2 Prozent höher als im Jahr 2000. Uniprofessor macht Physik verständlich Prof. Dr. Hendrik Hertig ist neu an der Universität Duisburg-Essen. Als Professor für Didaktik der Physik beschäftigt sich der 36-Jährige unter anderem damit, wie wichtig es ist, naturwissenschaftliche Texte und Aufgaben sprachlich zu verstehen, um fachlich fit zu sein. Deshalb überlegt er etwa, wie neue Schulbücher für das Fach aussehen könnten. Aktuelle Physikbücher, die an Schulen verwendet werden, hält er als Lernmaterial nur für Eingeschränke eignet. Abschaffen möchte er sie aber nicht. An der UDE erforscht Prof. Hertig mit seinem Team, wie bessere Bücher aussehen könnten. Bislang gehen sie davon aus, dass Schüler je nach ihren Fähigkeiten sogar unterschiedliche Texte benötigen. Kultur Ruhr GmbH zieht nach Bochum Von Gelsenkirchen nach Bochum, die Kultur Ruhr GmbH, Ausrichter der Ruhr-Triennale, baut eine neue Verwaltung auf dem Gelände der Jahrhunderthalle. Anfang 2017 wird die Gesellschaft umziehen. Die Kosten für den Neubau trägt ein privater Investor. Bisher hatte die Verwaltung ihren Sitz in Gelsenkirchen. Gesellschafter der Kultur Ruhr GmbH sind das Land NRW und der Regionalverband Ruhr. Duisburg Sport sucht Mitarbeiter für die Freibadsaison 2016 Duisburg Sport stellt für die Freibadsaison vom 1. Mai bis zum 6. September Fachangestellte für Bäderbetriebe und Rettungsschwimmer mit Zeitverträgen ein. Im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung sollen sie für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Schwimmmeistergehilfen bzw. Fachangestellten für Bäderbetriebe. Wer über 18 Jahre alt und Besitzer eines gültigen Rettungsschwimmerabzeichens der DLRG in Silber ist, kann sich für einen Sommerjob bei Duisburg Sport bewerben. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.duisburgsport.de Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Ferien- und Campingpark Wisselersee, der Oase am Niederrhein. Richtig schön war es heute im Stadtgebiet. Die Sonne verwöhnte uns den ganzen Tag und verschaffte uns milde Werte bis zu 14 Grad. Morgen steigt das Thermometer dann noch weiter. Es bleibt freundlich und wolkenlos bei Temperaturen bis zu 19 Grad. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt aber warm bei bis zu 21 Grad. Auch der Montag zeigt sich heiter. Gelegentlich ziehen ein paar Wolken auf. Bei 12 bis 21 Grad bleibt es aber trocken. Autofahrer nehmen sie den Fuß vorm Gas. Blitzer stehen auch am Wochenende wieder im Stadtgebiet. Und zwar unter anderem auf der Düsseldorfer Landstraße in Buchholz und auf der Fährstraße in Düsseldorf. Und Bauarbeiten behindern die freie Fahrt. In Hamborn ist der Verkehr auf der August-Thyssen-Straße gestört. Der Bereich zwischen weiter Rathenaustraße und Margrafenstraße wird zur Einbahnstraße. Grund sind Bauarbeiten, die voraussichtlich bis Mitte Juni 2016 andauern. Und in Reutgersbach ist die Ziegelhorststraße zur Einbahnstraße verdammt. Grund sind Bauarbeiten, die voraussichtlich bis Ende Juni andauern. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt und einen guten Start ins Wochenende.